hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Readers und auf der seite waren wir eben schon und ich habe eben schon einmal die folge gestartet und hier waren so komischen dinger die man öffnen kann und dann sind da zähnchen die habe ich jetzt schon mal eingesammelt aber ja ich musste die folge leider noch einmal unterbrechen und ich muss niesen spür die Nieser ich reiß mich am Riemen aber ich hoffe wenn ich jetzt gleich niese dass ich es rausschneide aber ich hoffe ich muss nicht niesen das tut nämlich immer weh so eine dinge abstanden drüben unter anderem seite nein zielen konnte ich auch nicht boah und sich machen platten die ich nicht gesehen habe ok das muss schneller gehen leute ein kaffeekränzchen hier veranstalten ich könnte bestimmt auch von einer anderen oberfläche aus aber woher geschafft easy natürlich gar kein problem bin ich ein bisschen aus dem schrumpfen gestolpert das war nicht so schön ach ne ich muss jetzt da lang weiß natürlich wo ich lang soll diesen abschnitt erinnere ich mich übrigens null ich weiß jetzt nicht was als nächstes kommt oder so also nicht mal so ansatzweise vorher konnte ich ja immer noch so ich kann das nicht einschätzen kampf nicht dein erz nicht dein erz nicht dein erz da liegt oben rosa die rosa der war nicht der war nicht so schön habe ich ein bisschen bedenken dass er da jetzt abgammelt schon scheiße genau gerade wie macht man den regenschirm nochmal auf das ist eine gute frage hier ist der regenschirm schützt leider gerade alles ich kann ich kann ich kann jetzt 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 I can do it, I can do it. Er schützt wieder. Das war nicht geil. Habe ich Aui gekriegt? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht. Er noch da? Ja, er ist noch da. Bitte mal nichts. Er könnte einfach so auf mich draufhauen und ich wäre weg. Ich glaube, er spielt mit seinem Essen. Ich sehe noch nichts. Ich weiß also, ich weiß nicht, was ich, was, was, ja, was. Ja, du bist ja witzig. Und wohin? Oh. C. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität weiß als das gespiegelte. Ja, danke für deine Weisheit, ey. Kannst du den Glückskix wieder einstecken? Uff. Iiii. Hier ist nichts, ne? Boah, ey, das war richtig unschön. Unschön ist gar kein Ausdruck. Okay. Ich wollte gerade sagen Schach. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Kacke. Nein! Ja, ich habe es so ein bisschen rumgedödelt. Wie drücke ich denn jetzt ja? Okay. 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 Ich will es versuchen. Ich muss umdenken irgendwie. Oh nein. Das habe ich ja eben schon versucht. Warte mal. Oh, das hat geklappt mit dem Reiter. Mist, wie kriege ich den denn da jetzt rauf? Also ich bin am Reiter vorbeigekommen oder das war es dann schon? Wie habe ich das denn gemacht jetzt? Äh. Äh. Kacke. Ich mache gerade fünfmal dasselbe. Ich schaffe das. Was, was ich noch versuchen wollte? Ah, nee. Das ging nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist bestimmt voll easy. Bitte schreibt mich nicht an. Ich schaffe das. Wow, okay. Das war doch nicht schlecht, oder? Er hat nur 50 Versorgung gebraucht! Unangenehm! Klöscher! Ich hab noch nicht gesehen, dass ich da bin, okay. Okay, zack! Ihhh, die sehen so aus wie, Alter, irgendwas... Scheiße! Okay, drauf da! Hier? Macht sie! Der Hammer ist der Burner, ey! Wie schön er auch aus, ey! Guck mal, wie schön! So schön! Der Kerz! Der Kerz! Zähm! Waaaat... Fug! Radularraum! Direkt mitnehmen! Habe Angst, dass ich sonst, äh... den verpasse! Wenn der so offensichtlich hier steht... Mal gucken, was, äh... die Aufgabe ist... Kannst du die gesamte Zeit überstehen? Okay, ja, das krieg ich ja noch. Kein Problem. Weglaufen geht halt voll auch, das ist das Schöne. Oh, die Typen! Stell euch mal hier so ein Häschen hin, mal gucken, ob ihr euch davon ablenken lässt. Schade leider nicht. Wann ist denn die Zeit um, so die Frage halber? Oh Gott, wie weit geht das? Man weiß es nicht. Das ist direkt kaputt gegangen! Hm! Die lassen halt sich nicht so einfach trollen, ne? Leider. Ui! Yeaaah! Bam! Habt ihr alle gemacht. Das ist einfach. Das ist eine geschenkte Rose. Ich finde die mit den Fragen gut, aber ich habe immer Angst, nichts zu verkacken. Ein Upgrade für die Feuermühle erhöht die Feuergeschwindigkeit. Feathermühle, nicht Feuermühle. Das Feuer hat mich irritiert. Das lodernde Feuer in mir. Oder ist erstmal der fucking Zuki lang gerauscht? Was zum... Ich höre ihn immer noch. Oder schon wieder. Intense. Warum ist hier so ein Raum mit, äh, nichts eigentlich? Außer Zähne. Ja. Gut, dass der Raum mir auch nur sagt, dass es hier Zähne gibt. Das ist immer ganz gut. Hello! War viel knackig aus, ja. So, ein Schnäuzchen. Und ein Hängerchen hatten wir auch. Okay. Und ein Kämpfchen. Gibt es wahrscheinlich auch noch umsonst. Was? Gluckdinger, ne? Gar nicht geil. Uff. Wir sind auch noch Plattformen. Ist noch er, ne? Okay. Oh. Er kann do it. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist die Schnauze fallen. Gucken, was es macht. Ein Körbchen kriege ich dafür. Alles klar. Ist nicht schlecht. Das nehme ich auf jeden Fall. Ich könnte mal gucken, ich müsste jetzt, glaube ich, das letzte Update machen können. Ui, 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 ui. Was war das? Moment. Tja, ich würde sagen, wir haben alle Update. Alle so silbrig und das so komisch gold. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Sieht echt geil aus. Das Zahlenfeld da. Das Uhrenfeld. Sieht nice aus. Muss ich gleich mal gucken, was es da unten so geht. Ah, okay. Wollte grad sagen, wie macht man das denn, wenn beide oben sind? Ah, okay, so macht man das. Wo muss ich denn lang? Zuerst, meine ich. Also... Was sieht denn aus wie ein Ausgang? Sieht das aus wie ein Ausgang? Ich guck einfach. Äh, nee, gar nicht. Ich muss auf einen rauf. Plattpunkt, ruf unten. Ich glaub, da geht's weiter, oder? Ja, und da ist auch das Dings. Ich muss dann zuerst... ...auf die Seite. Und ich hab... Oh Gott. Ich komm nicht nochmal hoch. So ne Scheiße. Irgendwie... Okay. So nehmt recht. Irgendwas, was ich übersehen haben konnte. Nee, ich glaub nicht. Okay. Simsalabim. Keine Ahnung. Ich versuch mich immer selbst auf ne Lautstärke zu halten, aber ich bin sehr wandelbar mit meiner Stimme. Ist das jetzt was Gutes? Was ist das denn da? Oh, warte mal, den hätt ich ja fast schon wieder vergessen. Boah, die Farben. Das ist so ein lila-grün-Mix. Oh, ist offen. Nice. Voll geil. Und noch ein bisschen gipschiger. Voll gut. Ab dafür. Fast da gelassen, ey. Das hätt mich geärgert. Hätt ich das irgendwie noch gesehen gehabt? Beim Bearbeiten oder so? Dann wär ich mad gewesen. Nein! Nein! Abgesoffen! Ich glaub ich hab die eingesammelt, oder? Ich guck nochmal. Ich will sicher gehen. Das wär jetzt noch ein umdreinle- Ärgerlich. Uff. Äh ne, sonst hätt ich die jetzt schon gesehen, ne? Manchmal mach ich so Sprünge, die hätten nicht sein müssen. Sowas wie das war auch ziemlich knapp gerade. Ja. Hoppa. Ui, alles klar. Uhuhuhuhu. Äh... Ein Hinweis, wo wir jetzt hingehen. Außer an den Toten natürlich. Ich habe Angst und es speichert. Ähm... Ich nutz glaub ich mal den Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Kleiner Cliffhanger auch für mich. Hahaha. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Video oder bei einem anderen Projekt wieder. Bis dahin. Bye, bye! 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 Bye!